Ob in einem Vorstellungsgespräch, unter neuen Kollegen oder aber auch unter Bekannten und Freunden. Sympathisch zu wirken hat doch eigentlich nur Vorteile. Es kann dir vieles erleichtern und es fühlt sich dazu auch noch super gut an. Und darum geht es heute in diesem Video. Sympathisch wirken und meinen Gegenüber für mich gewinnen. Und wie das funktioniert, klären wir heute in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Traumjob, dem StepStone Joblog. Mein Name ist Ben und ich freue mich wieder heute mit euch über ein spannendes Thema reden zu können. Du kennst den Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Und genau so ist es auch in den meisten Fällen. Natürlich spielt auch eine Menge das Senden und Empfangen eine Rolle. Bedeutet, selbst wenn ich gerade meine, freundlich zu sein, muss mein Empfänger nicht genauso empfinden. Deswegen gibt es auch für dieses Thema kein Allerheilmittel. Aber dennoch wichtige Tipps, die dir helfen können. Und was tragen wir, wenn wir Eindruck schaffen wollen? Sachen, die uns gefallen, in denen wir uns gut und wohl fühlen. Und von daher darf the prettiest thing you can wear natürlich nicht fehlen. Lächeln, lachen und eine offene Haltung. Es klingt so einfach und letztendlich ist es das auch. Denn überlegt mal, ihr bekommt ein Lächeln zugeworfen, einen freundlichen Blick. Und da muss man doch in den meisten Fällen doch auch gleich lächeln oder lachen. Und wenn man so in ein Gespräch oder eine Verhandlung oder gar mit einer Entschuldigung startet, ist das doch der beste Start, den du haben kannst. Besonders auch beim Vorstellungsgespräch. Zum Thema Haltung kann ich dir auch nochmal das Körpersprache-Video nahelegen, wo ich nochmal ganz genau auf das Thema eingehe. Zeige Interesse an deinem Gegenüber. Erkundige dich nach Projekten, von denen du weißt. Was der Bau des neuen Hauses macht. Oder wie zum Beispiel, wie es den Kids geht. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Interesse zeigen macht dich sympathisch. Sage offen, was dir gut gefällt. Mache Komplimente. Selbstverständlich ehrlich gemeint und keine, weil du meinst, du müsstest sie machen. Machen wir im Schnitt doch eh viel zu wenig. Wir denken es, aber wir sprechen es oftmals nicht aus. Und das muss doch gar nicht sein. Raus damit. Aber denke auch immer hierbei an das Senden- und Empfangen-Prinzip. Als kleines Beispiel aus dem Büro. Eine Kollegin kommt rein. Offensichtlich war sie beim Friseur. Und ich spreche sie direkt darauf an. Hey, Haare ab. Sieht toll aus. An sich ja überhaupt nicht schlimm, wenn es auch so beim Gegenüber ankommt. Und das gilt für alles. Vielleicht empfindet meine Kollegin schon dieses als kleine Anmache. Und es ist ihr unangenehm. Also auch da immer Antenne ausrichten und niemals pauschal alle gleich behandeln. Übrigens, auch im Vorstellungsgespräch kann man Komplimente machen, die euch noch sympathischer wirken lassen. Vielen Dank, dass ich so freundlich empfangen wurde. Oder ich habe mich sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Danke dafür. Auch am Empfang wurde ich schon sehr freundlich empfangen. Das gefällt mir. Impliziert übrigens auch, dass mein Gegenüber Eindruck bei mir hinterlassen hat. Wenn du Positives über Dritte, über das Unternehmen gehört hast, kannst du dieses hier auch anbringen. Ich habe von einem Freund gehört, der mit euch oder Ihnen zusammenarbeitet, dass hier ein unheimlich tolles Arbeitsklima herrscht. Finde ich wirklich sehr wichtig und gefällt mir sehr gut. Natürlich nur, wenn das auch stimmt. Ja, auch hier der Blickkontakt, ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst noch so nett lächeln, strahlen etc. Aber wenn du dein Gegenüber nicht richtig anguckst, Blickkontakt aufnimmst, verspielst du auch ganz schnell wieder alles. Denn auch einem seine ganze Aufmerksamkeit schenken, ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich, aber extrem wichtig. Mein Gegenüber um Rat fragen, zeigt Vertrauen und dass ich die Person für kompetent halte. Dies schmeichelt und man kann auf dem Sympathiekonto natürlich weiter punkten. Übrigens auch für Chefs ein sehr, sehr guter Tipp. Auch das kennen wir. Der Vorgesetzte kommt in einem Passmoment zu einem und sagt, Ich muss sie da mal um Rat bitten. Es fühlt sich gut an, wenn einem Vertrauen geschenkt und man geschätzt wird. Wenn mal gar nichts hilft, also euer Gegenüber trotz aller Bemühungen alles andere als freundlich zu dir ist, dann werft ihr nichts vor, aber auch nicht deinem Gegenüber. Denn wir kennen meistens nicht das Befinden der jeweiligen Person und deshalb einfach offen und freundlich bleiben, sodass man dir nie vorwerfen kann, dass du etwas falsch gemacht hast. Ja, und das war es auch schon wieder mit Traumjob für heute. Ich hoffe natürlich, dass euch die Tipps weitergeholfen haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig über eure Daumen nach oben. Sehr gerne ein Abo könnt ihr uns da lassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Dieses ist natürlich kostenlos. Und ansonsten sage ich, freue ich mich, euch bald wiederzusehen. Bis dann und Ben raus!